Hast du Schmetterlinge im Bauch oder ein Druckgefühl in der Magengegend? Was ist, wenn ich dir sage, dass Löwenzahnblüten dir helfen könnten? Wusstest du, dass alles zusammenhängt und die Natur uns einfach alles gibt, was wir benötigen? Bleib unbedingt dran, wenn du Selbstverantwortung für dich und deine Familie übernehmen möchtest und wenn du selbstständig und unabhängig in deine Selbstermächtigung kommen möchtest. Kennst du Cayenne-Pfeffer? Ja, Cayenne-Pfeffer hat die Farbe Rot und das bringt die rote Flüssigkeit in deinem Körper wieder in Schwung. Selbstermächtigung war noch nie so einfach. Ja, jeden Abend möchten wir ins Land der Träume segeln, aber manchmal ist es halt nicht immer so einfach. Ich habe einen kleinen Tipp. Einfach am Lavendel riechen. Ja, du kannst am Lavendel riechen oder daraus einen Tee machen oder du machst ein Lavendelsäckchen und tust es auf dein Kopfkissen und schon segelst du gemütlich ins Land der Träume. Selbstermächtigung war noch nie so einfach. Weißt du, wie kraftvoll deine Handflächen sind? Ja, deine Handflächen sind sehr kraftvoll. Du kannst sie reiben, einander reiben, bis sie schön und warm sind. Und dann kannst du sie auf eine Körperstelle legen, die dir etwas Sorgen bereitet. Zum Beispiel eine Schulter. Dann kannst du deine Hände drauflegen und schon kommst du in deine Selbstermächtigung. Ja, und du hast dein Wohlbefinden in deinen eigenen Händen. Ja, es kann so einfach sein. Ja, wenn du solche Tipps und Tricks magst und du es schon bis hierher geschafft hast, dann sichere dir unbedingt mein kostenloses Videotraining. Link ist unten. Einfach draufklicken und anmelden. In meinem Videotraining werde ich dir erklären, was ganzheitliches Wohlbefinden wirklich bedeutet und wie man mit einer Gratis-Technik das Nervenkostüm wieder ins Gleichgewicht bringt und wie man den Winter gut übersteht und zwar mit einem wunderbaren Cocktail. Ja, wenn du Lust hast, deine Reise zum ganzheitlichen Wohlbefinden anzutreten, dann melde dich unbedingt für mein kostenloses Videotraining an. Ja, in diesem kostenlosen Videotraining wirst du in ganz kurzer Zeit viel Wissen aneignen, das dir in Zukunft viel Zeit und Moneten erspart. Also verpasse nicht das Beste aus dir rauszuholen. Klicke auf den Link unten und melde dich an für mein kostenloses Videotraining. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ciao!